Um 2.12 Uhr heute Nacht wurden die Feuerwehren Waldach, Schöndorf, Bonerath, Blubisch-Gusterath mit dem Einsatzstiefwort Gebäudebrand alarmiert. Gebrannt hat hier im Waldbereich von Bonerath eine größere Yachthütte. Aufgrund der schlechten Wasserversorgung musste die Feuerwehr Rheinsfeld, die Feuerwehr Morscheid, noch nachalarmiert werden. Hier wurde dann zusätzlich eine Wasserversorgung über lange Wegstrecken aus dem Ort Bonerath aufgebaut. Zusätzlich wurde das Wasserwerk Uwa und der Energieversorger an die Einsatzstelle alarmiert. Die Hütte stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Hier konnten nur noch Löschmaßnahmen von außen eingeleitet werden. Hier wurde dann von Rho in den